Erstmal schön auf Toilette gehen. Ja, was soll denn das denn? Warum ist ein Minim in meiner Toilette? Sachen gibts. Nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf Toilette zu gehen. Dann halt nicht. Dann gehe ich nach draußen und mache einfach in die Büsche, wie es meine Urfahren gemacht haben. Vielen Dank.